Rennsamstag ist gelaufen für euch, unglaublich erfolgreich, ein kurzes Resümee von deiner Seite. Ja, wir waren super zufrieden im Qualifying, heute Morgen schon Zweiter, im Rennen das auch gleich umsetzen können, mit dem Zweiter Platz. Jetzt beim Zweiten, beim Trauffolgen der Rennen sind wir Sechster geworden, sind wir eigentlich aus dem ganzen Gerangel, haben uns rausgehaltet, mächtig gepunktet und ich glaube, mit dem Tag können wir zufrieden sein. Was war für dich denn das spannendere Rennen heute? Für die Zuschauer ist es klar, da war das Erste nicht so sehr spannend, das Zweite umso mehr. Wie ist es für dich als Rennfahrer, der da ja mitgefahren ist? Es waren zwei schöne Rennen, muss man dazu sagen. Und mir war natürlich das Erste Rennen das Wichtige, wenn man am Zweiten Platz natürlich mit dem Podiumsplatz nach Hause fährt, da ist ein bisschen mehr Anspannung wie bei einem sechsten Platz natürlich.